Und dann gab es noch ein deutsch-österreichisches Finale. Zwei Beachvolleyballerinnen, die sich so langsam auch in WM-Form spielen. Carla Borger und Margareta Kosuch hier in Orange. Dann auch mit dabei beim Supercup in Binz, haben sich bis ins Finale gespielt. Dort gab es dann aber eine Pleite, und zwar gegen Schweiger Strauß. Aber, sie haben gezeigt, die Form stimmt. Zuletzt gab es auf der Tour die Plätze 3 und 2, jetzt wieder ein zweiter Platz. Und dann in rund zwei Wochen startet dann ja die WM. Für die österreichischen Siegerin Stefanie Schweiger und Theresa Strauß ist ebenfalls eine gute Vorbereitung, auch wenn sie dann bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land mit jeweils anderen Partnerinnen an den Start gehen.